Oh, das ist ja zum Glück ziemlich einfach. Dein erster Satz lautet, mein Name ist Claude. Gut. Also, du musst mir nachsprechen. Je m'appelle Claude. Ja, d'accord, blau. Julian Assange. Julian Assange. Gut, nochmal ein zweiter Versuch. Ja, gern. Je m'appelle Claude. Ja, t'appli, blau. Julian Assange. Julian Assange. Je? Je? Ma? Ma? Pelle. Pelle. Je m'appelle. M'est-peu-pou. Nein, es ist zu schwer. Ich kann's dir nicht beibringen. Was machst du denn jetzt? Ich muss sofort gehen, sonst ramme ich deinen Kopf durch die Wand. Gut, und ich sorge jetzt dafür, dass Hans freigelassen wird. Julian Assange. Ich bin schon. Ja, ich bin schon.